Yo, hallo Leute zurück. Wir sind in diesem Haus und ich schaue erstmal was das für eine magische Fruchtschale ist. Ich bin gespannt. It's fake, damn. Was? 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 Ey. Tut mir leid, wenn sich einer angesprochen fühlt, aber wer zum Teufel stellt unechtes Obst in eine Schale auf einen Esstisch? Das ist doch nicht normal. Okay. Eine Blut... Hör doch mal auf. There are three new messages. Was? Anrufbeantworter. Hier geht's noch weiter. Bücherregal, wir schauen uns erstmal hier alles an. Wo es hier, wie lang geht. Und hier geht's auch noch weiter. Das ist ein Fenster, ein Kindergemälde, ein Fernseh, Input 1. Okay, wir schauen uns erstmal den Fernseher an. Kein Kabelfernseher. Was? Der sagt was anderes und in der Übersetzung steht auch was anderes. Das ist tricky. Okay, Fenster. Das ganze Gebäude ist desertiert. What the hell? Hm. Das Kindergemälde. Oh Gott. Der Kind wohnte hier. Oh, das, äh, der hört sich nicht begeistert an. Okay, was gibt's hier noch so zu gucken? Aber da stand, da stand Clementine. Okay. Alter, halt mal die Fresse. Okay, da stand Clementine. Okay, hier wohnte also eine Clementine. Bücherregal. Furniture overturned, Blut everywhere. Jesus. Okay, also... Zombies. Okay, wir beenden den Spuk jetzt. Vielleicht ist da was drauf. Das gucken wir uns an. Three new messages. Message one. Left at 5.43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two. Left at 11.19 p.m. Oh, my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three. Left at 6.51 p.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Ach, du Scheiße. Daddy? Huh? Daddy? What? Was war das denn? Hier liegt überall Blut. Hier war da nichts mehr. Okay. Er hat gesagt, er ist durstig. Wir geben ihm was zum Trinken. Bitte, bitte, bitte. Da stand gerade leeres Glas. Glas, kann man sagen. Leeres Glas. Und er trinkt draus und ist wieder gut. Ah, Alter. Bisschen unlogisch, das Ganze. Was ist das? Okay, wir räubern hier einfach mal alles raus. Trotzdem gucken wir noch mal alles durch. Ist echt nichts mehr. Außer was zu futtern. Konservendosen. Okay. Ach ja, ich habe was am Soundbalancing gemacht. Hoffentlich funktioniert das jetzt besser. Schublade öffnen. Ein Walkie-Talkie. Komm da raus, Daddy. Was? Leise sein. Ich bin kein Monster. Wer ist das? Bist du okay? Ich bin kein Monster. Gut. Wo sind deine Eltern? Wie alt bist du? Wie heißt du? Wie heißt du? Und was ist dein Name? Ich bin Clementine. Das ist mein Haus. Hi, Clementine. Ich bin Lee. Wo sind deine Eltern? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Wo? 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 Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Oh, cool. Hallo. Nee. Oha. Alter. Seriously. Wo bist du? Da bist du. Der ist echt unversichtlich, muss ich sagen. Weg mit dir. Boah. Kuh. 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 Jo. Es geht. Mach immer einen Tritt. Die lebt doch nicht mehr. Ja. Hi there. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Es war etwas anderes. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich glaube schon. Keinein Teil wird sich das merken. Auf dich schützen. Okay. Such Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab, wenn die Sonne untergeht. Lol. Also, ich glaube, wir gehen in der Nacht irgendwo hin und lassen uns... Nee. Wir suchen Hilfe, bevor es dunkel wird. Wir müssen Hilfe finden, bevor es dunkel wird. Ja. Es ist nicht sicher am Abend. Jo. Das war wohl richtig. Let's go. Bleib nahe zu mir. Jo. Ähm, wohin? Dach hin. Okay. Und wir humpeln sehr stark. Wir folgen ihr mal. Wo willst du denn hin? Du, ach, das... Da sind ja... Da sind ja zwei Lebende. Oh, Mann. Ähm, wir gehen mal durch das Tor. Ich werde dich nicht alleine lassen. Ja. Ich werde dich nicht alleine lassen lassen. Well, let's go somewhere safe that's close. Okay? That's a good idea. Hey, Mann! Holy shit! Don't eat us! Was machst du? Was ist los? Wir suchen Hilfe. Wir suchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee. This is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Babysitter-Nachbar, irgendein Typ. Irgendein Typ ist scheiß Antwort. Ich würde sagen Babysitter. Her Babysitter. Her Eltern sind aus dem Ort. Ah, hält sie jetzt für den Babysitter. Okidok. Das müssen wir uns merken. Okay, das müssen wir uns merken. Was willst du tun? Ich... Ähm, schieben. Los. Clementine hilft auch mit. Das ist schon mal sehr gut. Oh, aha, da kommen ein paar. As Babysitter go, I'd say your parents are you a tip. In der Tat. Du bist verantwortlich. Irgendein Schritt freigeschalten. Okidok. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. You've brought a couple guests. You've brought a couple guests. I'm glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Uh-oh. Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. It's too teuflish weh. Yeah, can I imagine. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Es ist Lee. Es ist Lee. Okay. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Hershel Green. How'd this happen? Autounfall. Zauern. Autounfall. Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? Where were you headed before the car accident? Just, uh, out for a drive. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Scheiße. Nobody. Is that so? Yeah. It is. You said we. That's all. The house is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. I didn't get your name, darling. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we, uh, find our parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. Sorry. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right, you're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores, as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said, okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay. That'd be preferable. I'll find fine. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed. Towards making, I suppose. Alright then. It smells like... Mist, scheiße, weißt du. Mist. Oh, Mist, klingt gut. Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. I love you, baby. I love you, baby. I love you. What is that? Hey, get up. Hey, get up. Oh, I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. Aber ich glaube, dass dein Vater ihn alle wegschrauben hat. Ich bin nicht dein Vater. Mein Name ist Lee. Ich bin Kenny. Vater, wir haben keine Offenheit. Der Detraktörer und alles. Wir besser gehen, oder wir werden nicht hören. Das ist mein Junge, Ken Junior. Wir nennen ihn Duck. Duck? Duck? Ja, nichts überrascht ihm. Wie ein Wasser aus einem Duck. Das ist ein wertvolles Traum. Keine Erinnerung. Aber ehrlich gesagt, ich denke, dass er so dumm ist als ein Bagel von Hammer. Dad? Aber er macht es mit Enthusiasmus. Das Wort ist, du warst auf dem Weg nach Macon. Meine Familie ist von dort. Na, Macon ist auf dem Weg. Persönlich empfehle ich die Firma von einem Mann, der ein paar Hände zusammen knacken kann, wenn er muss. Klar, wir kommen mit. Vielleicht mal abwarten. Ne, wir kommen mit. Klar, wir kommen mit. Es ist ein Plan, dann. Honey, Duck, das ist Lee. Und, äh, was ist die Mädels Name? Clementine. Clementine. Das ist ein sehr schönes Name. Danke. Na, wir sollten arbeiten gehen. Wir haben alle gesehen, was diese Dinge da draußen tun können. Also, je schneller wir diese Fence aufbauen, desto besser. Ich will eine Fence bauen. Ja? Na, ich brauche einen guten Pfarrer. Ich bin in. Du kannst auf dem Pfarrer sitzen und schreien mich an, wenn ich eine Wetter breche. Auf dem Pfarrer? Cool! Duck und ich fahren zu. Ich kann ein Blick auf deine kleine Frau hier auf dem Pfarrer halten. Wir können uns besuchen. Bekanntlich weniger Leute auf dem Land. Du hast so schönes Haar. Es bekommt viele Klinge. Ah, sprechen wir mit jemanden. Okay. Und, äh, weniger Leute, äh, bedeutet weniger Leute, die infiziert werden können. Das heißt, weniger Infizierte. Also, weniger Gefahr. Okay, wir sprechen mit Katja oder mit Clementine. Äh, mit K... äh, Katja. E2 sieht hier ganz entspannt aus. E2 sieht hier ganz entspannt aus. Ich denke, wir sind einfach gut. Clementine hat mir über die erste Klasse erzählt. Oh, ähm, wie ist das? Es ist einfach? Ja, ja. Also, bist du gut? Du hast erfahren, dass Clementine in die erste Klasse geht. Äh, was machst du? So, äh... Was machst du, wenn... ... Korpsen nicht rumlaufen? Ich bin Veterinärin, zurück in Fort Lauderdale. Wie Herschel hier. Sonst mehr mit Hähnchen und Katzen. Und, äh, nicht Hähnchen. Was ist das, was du machst, Lee? Ich war damals an der Universität Georgien. Wir müssen uns hoffen, dass wir uns bald wieder zurückgehen können, Lee. Zurück normal. Es kann nicht so sein. Nein, ich war... Nein, ich war... Ich war damals. Ich war ein bisschen zurückgezogen. Das ist zu schlecht. Na, ich höre, dass Leute immer wieder zurückklammern, nach einem großen Desaster. Die Leute wollen nicht ignorieren, ich glaube. Das ist richtig. Ich kann dir erfahren, dass du deine... Arbeit... Was? Dass du deinem Arbeit verloren hast. Loll. Äh, egal. Ähm... Wie war es in der Stadt? Wie war es in der Stadt? Wie war es in der Stadt? Kenny hat einfach... Drove. Wir haben so viele Leute, die brauchen Hilfe. Und wir haben einfach... Passed Leute... Über ein paar... Just... Just... Es ist okay. Es ist okay. Du musst mehr sagen. Ich will nach Hause morgen. Aber dann kann ich nicht wegnehmen, die Dinge, die wir... die Dinge, Doc, durchführen. Wer nicht? Wer nicht? Wer nicht? Okay, Lee. Okay. Dann sprechen wir mal mit... äh... mit Clementine. You having a nice time with Katja Clementine? Yeah. Okay. Gut. Ähm... Ein Auto. Und da ist Kenny. Hey. Hey there... Kenny. Kann ich helfen? Need any help? No. I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids your own? Äh... Keine Kinder. Nah, nah. No kids. Would like one then. You know. Wie geht es eurem Sohn? Was hast du jetzt vor? Erstmal mal mal nach den Sohn fragen. Wie ist dein Sohn? Gut, ich denke. Katja hat eine Freundin hier in Memphis. Wir waren zurück, von ihr zu besitzen. Wir waren in einer Gasstation und ein Typ hat meinen Sohn. Ich dachte, dass er ihn entnäppte. Ich war auf den F***er in ca. 2 Sekunden. Und... Christ. Ich bin nur glücklich, dass ich da war. Wir sahen viele Körper, bevor wir auf Herschel. Aber... Wir sind eine schwierige Familie, Lee. Nichts wird uns nicht fassen. Ja, das ist doch gut. Hast Interesse an seiner Familie gezeigt. Was hast du jetzt vor? So, was ist deinem Plan? Geht zurück nach Lauderdale und lasst dieses Messes aus. Der Regierungser wird beginnen, die Scherze und die Nationalen Guard machen. Auf der wunderen Chance, dass Dinge zu schlecht sind, können wir auf mein Boot, ich glaube. Du hast ein Boot. Ich bin ein kommerzieller Fischerer. Ich fange Mackerel, Dolphin, was alles, was beitert und bezahlt. Katja würde nicht so wild sein, aber das Boot ist nicht so schlecht. Bis zum nächsten Mal. Er hat ein Boot. Das ist doch schon mal sehr gut bei so einer Lage. Okay, mit wem können wir noch reden. Schönes Haus. Da hinten mit dem Traktor. Okay. Ja. Geh mal... Alter, wir gehen jetzt mal hier hin. Einen Trecker. Und was die beiden uns zu sagen haben, das erfahren wir in der nächsten Folge von The Walking Dead. Also, bis morgen. Haut rein. CS. Inhalts. 1 2 3 2 Vielen Dank.